Musik Yo Leute, ich bin wieder Backup-Stadt, ich bin für euch ein Gottkönner bei der Folge von GTA Online mit... O-R-I-A-M O-R-I-A-M Yo Leute, ich bin der Oberstadt und herzlich willkommen wieder zurück zu GTA 5 GTA 5 Ah, und da schaut jemand zu, vielleicht zockt er nächste Runde mit Oh Leute Ja, danke, dass ihr einfach wegfahrt und mich zurücklässt, ihr Wichser Oh lol Ich bin sogar richtig gut losgefallen Oh, er hat sich Boost gegönnt Er hat sich Boost gegönnt Wow, super viel Ich zieh an ihm vorbei, geil Und bin's weiter Die sind alle keine Herausforderung für mich einfach Nein! Nein! Da war so ein Schild und ich bin gegen gefahren Lol Warum müssen wir das irgendwie hinkriegen? Digga, Digga, der kommt Ich hab den Boost verwendet! Du bist Platz 1! Du bist Platz 1, oder? Ich bin Platz 1? Ja! Ja, ich bin Platz 1! Jawoll! Oh, leu! Ich hab keinen Boost bekommen! Was?! Nein, komm, du musst das schaffen, Bro! Alter, du bist so schlecht, ne? Du bist Platz 1! Hä, wieso? Nein! Scheide! Mann, ey! Ey, das Beste ist, ne? Während der Aufnahme, die wir schon machen, bei den ganzen, ich glaub 15 Folgen oder so, wie wir jetzt schon, ne, 13. Folge ist das, glaube ich, gerade, da haben mich schon 2 oder 3 Leute angerufen. Niemand ruft mich an! Hauptsache in der Aufnahme ruft jeder an! Was zur Hölle? Bist du erster Platz? Ja! Ja, ich bin Zweiter! Wenn man nicht merkt, wo man ist, ne? Ja, stimmt! Hä, du hast ihn gleich überrundet! Wie schlecht ist der? Ey! Ganz ehrlich, wie kann man so schlecht sein? Der war die ganze Zeit mega gut und dann wird der einfach mega schlecht! Loll, ich fall wieder runter! Nimm keine Boost mehr, das bringt doch alles nix, Alter! Ich rass noch aus! Doch! Hast du ihn überrundet? Doch! Der ist vor mir! Und du bist auch vor mir! Kann sein! Und ich bin Zweiter, also... Leute! Leute! Nein, mein Ockel ruft mich an! Soll ich drangehen? Hahaha! Nein, ich kann nicht rangehen! Es tut mir leid! Ich sag ihm, wir sollen sich das Video angucken! Dann weiß er, warum ich nicht rangehen konnte! Nein! Warum verkacke ich sie mal auf dieser gleichen Stelle, Mann! Ich weiß! Ey, wenn er gleich wieder anruft, gehe ich dran! Alter, da bist du dran! Nein! Guck, du hast ihn überrundet! Weil der ist ja vor dir, aber du bist trotzdem Platz 1! Mann! Warum bauen die das denn schief? Ja, Mann! Ja! Jawoll! Er hat's! Ja, Mann! Ich bin auf der 1! Ja, natürlich bist du auf der 1, Mann! Nach dem vollen Ziel hab ich nur noch richtig abgeschossen! Alter, du bist so ein fies Ding! Oh, Alter! Finish Line! Leute! Wenn's euch gefallen hat! Lasst nicht üben! Daumen nach oben! Ab wäre bei uns beiden auch nicht so schlecht! Wir sehen uns wieder! In der nächsten Folge! Immer schön stark bleiben, Leute! Bis bald! Ciao! 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 Ich muss nur meinen Onkel anrufen, Alter! Ich muss nur meinen Onkel anrufen, Alter! Ich muss nur meinen Onkel anrufen! Vielen Dank.